Das sind Karin und Paul. Sie wissen, wie Sie Ihre Zeit am besten nutzen und wie Sie sie wertvoll gestalten können. Nichts kommt Ihnen in die Quere. Nicht einmal der Verkauf Ihrer Immobilie. Sie haben einen Remax-Makler, der den Verkauf Ihrer Immobilie für Sie angenehm und einfach gestaltet. So geht Ihnen nie die Energie aus. Okay, fast nie. Setzen auch Sie den richtigen Schritt mit einem Remax-Makler, der Ihre Bedürfnisse an erste Stelle stellt, damit Sie sich gelassen zurücklehnen können. Relax mit Remax.